Hallo liebe Zuhörer, einen freundlichen Nikolausgruß sendet euch heute am 6. Dezember 2022 Tommi Rudolf mit dem Lied Lasst uns froh und munter sein für alle Kleinen und Großen, die das Weihnachtsfest gern haben. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freun, lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolaus Abend da, bald ist Nikolaus Abend da. Dann stell dich den Teller auf, Niklaus leg gewiss was raus, lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolaus Abend da, bald ist Nikolaus Abend da. Wenn ich aufgestanden bin, bin ich auf, Nikolaus Abend da, bald ist Nikolaus Abend da. Wenn ich aufgestanden bin, trau' ich schnell zum Teller hin, lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolaus Abend da, bald ist Nikolaus Abend da. Nikolaus Abend da, bald ist Nikolaus Abend da. Ja, liebe Kinder, ich hoffe der Nikolaus bringt euch nicht bloß Holz und Kohle, sondern auch ein paar Süßigkeiten. Ja, mein Kleiner. Jetzt ist der Weihnachtsmann wieder im Warmen, in der warmen guten Stube, mit meinem kleinen Papagei. Auch er hat den Mann aus dem Wald sehr lieb, stimmt's? Ja, du bist immer artig gewesen und ganz lieb und zahm. So müssten alle Kinder sein, artig und brav zu ihren Eltern, so wie du, mein Kleiner. So, wie du, mein Kleiner. Untertitelung des ZDF, 2020